Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Jetzt sitzt du in der Falle. Du bist ein flinker kleiner Mist. Mal sehen, wie flink du jetzt noch bist. Tanzen. Na komm, tanzen! 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 Hey! Wer ist das? Keine Ahnung. Was willst du? Wie wär's, wenn ihr euch mit jemanden anlegt, der euch gewachsen ist? Mach einen Abflug, Kleiner! Sonst fliegst du ganz schnell runter. Alter! Du hast das nicht anders gewollt. Ah! Alter! Was war denn das für eine Aktion, Mann? Scheiße! 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 Okay, Jungs. Wer ist es nicht wer? Was für ein beschissener Held. Oh nein! Oh nein! Hey! Beruhig dich, Erd! Beruhig dich, Erd! Ich bin ruhig! Ja und, Mann? Dann ist die Karre halt gestohlen, aber die hat eine Sitzheizung, Mann! Eine Sitzheizung!